Treppen runter ist immer ein gutes Zeichen. Monster shooting in den Sandrad fliegt. Das sieht aus wie von der Playstation aus X-Field. So sind die Monster, da komme ich später nochmal wieder. Patsche, ich kann nicht. Ich muss überleben. Wenn mir schon jetzt nichts interessanter ist, kann sie sein. Doch. Das ist nichts, muss man anziehen. Das ist schön. Das ist so ein Witz. Das heißt ja jetzt nicht, was die ganzen Zahnräder hier runter schleppen, oder? Naja. Naja. Ah, ob überall an, damit sie uns nicht hören. Krass. Das ist ja echt so. Ich muss jetzt zurücklatschen und die anderen beiden holen, oder was? Ja. Dann kommen wir zuerst, dass man das da ballert. Ja. Gibt's genau. Naja. Naja. Obindest nichts, dass man uns jetzt abderfen, wenn's von den Gehen kommt. Ja. Dann kommt es auf einmal. Ja. Da geht's. Ja. Ja. Da geht's. Ja. Ja. Da geht's. Dann gehen wir lieber schneller, was dann hier. Ah, ich kann Kohl nicht schleppen. Noch mehr Kohlen! Noch mehr Kohlen! Da. Liegt da noch was rum? Da. Kohlen. Zwar. Können wir nachher sein. Ah, wunderbar. Jetzt sind wir das jetzt. Das war ja klar. Da muss noch was gemacht werden. Hier noch. Nein. Schön. Das ist nicht daran noch kaputt. Ohne Witz, das muss daran noch gemacht werden. Das muss da jetzt sein. Irgendwas versichert finden kann. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber... Das ist nicht so gut. Oh. So. 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 Ist das eine Ding nicht irgendwie mit der Notanleitung? So. Okay. So. 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 Ich hab keiner losgelassen. Zünder vielleicht. Irgendwie fehlt noch mehr Strom und... ...das. Jetzt sind es... ...die... 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 So, ach, hier ist was. Ich werde schon damit überhaupt machen. Habe ich irgendwas? Ich lasse mich da noch einen kleinen Laster. Nein. Das ist mit einem der zwei Bestandteile für die Hauptstellung der explosiven Mischung. Na, 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 wann kann ich Sachen sprengen? Spring, Frosch, spring! Was ist doch langweilig. Du ist nix, du ist nix, Kiste. Also, angefeuert haben wir das Ding, ja. Oh, das sieht aus, als wird es bereits. Damit scheinen wir hier unten fertig zu sein. Damit scheinen wir hier unten fertig zu sein. Und dann kann ich hinten draufrogen. Dann würde ich auf dem Punkt kommen. Und dann da, wenn du dich abgeholt hast,